Also, wie sieht Erfolg aus? Was braucht es dafür? Du musst verstehen, die Menschen, die in ihrem Leben etwas Bedeutsames erreicht haben, diese Menschen wissen nie, wann sie gegessen haben, wann sie geschlafen haben, wann sie ihre Mittagsruhe hatten. So etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Also, für diejenigen, die bestrebt sind, mit dem, was sie tun, erfolgreich zu sein, ist ein wichtiger Aspekt ihres Lebens, dass sie sich nicht zur Ruhe setzen, wo immer es ein wenig gemütlich ist. Im Moment geht es darum, sicherzustellen, dass deine Erfahrungen tiefgreifend sind und deine Tätigkeiten wirkungsvoll sind.